So, kann losgehen. La Titan Missione! Wir klauen einen Titan. Und der Charlie fällt mir davon. Tschüss, Charlie. Zumindest wenn einer da steht, sonst machen wir was anderes. Ich kann auch warten. Was? Ob sie Titan klauen? Hä? Was? Ich hab grad auf dich gewartet. Was tust du? Du crashst. Hallo! Da draußen. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen GTA Online Folge. Hallöchen, Hallöchen. Ja, hallo, hallo, hallo. Wir haben gedacht, wir versuchen nochmal einen Titan zu finden. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Ganz genau. Den größten, den größten fliegbaren Vogel hier in GTA Online quasi. Ja. Ja. Ich kann nicht erklären warum, aber ich hatte die letzten Male irgendwie immer unverschämtes Glück. Wenn ich zum Flughafen gefahren bin, dann stand immer einer in der Halle rum. Vielleicht ist uns das Glück ja heute auch holt. Wer weiß. Das liegt an einem Level. Das liegt bestimmt am Level. Ja, vielleicht. Der hat ja wieder heimlich geübt, der Charlie. Setzt wieder fünf Level über mir. An viel Level? Was? Ja, pass. Drei. Bist du nicht 36? Nein. Ich bin 34. Achso. Ich bin doch ein kleiner Bube. Keiner will mit mir spielen. Ich hab irgendwie gedacht, du wärst, du wärst Level 35 oder Level 36. Warte mal, können wir hier vorne eigentlich schon rein? Ja, nachdem wir das letzte Mal, ähm, große Probleme hatte. Ich bin drin. Ach stimmt, man kann ja hier einfach durch den Zaun. Ich vergesse das immer. Nachdem ich das letzte Woche leider keine Zeit hatte, irgendwas aufzunehmen, hoffen wir, dass es dieses Mal etwas besser klappt. Genau, sind wir heute endlich wieder dabei. Endlich wieder zurück in einer ganz neuen, frischen Aufnahme. Und ich... Top motiviert und... Fast so schlimm wie ich. Aber nur fast. Du bist an derselben Stelle hängen geblieben wie ich, oder? Ne, ich bin in einem Container gelandet, wenn man das mal so sagen möchte. Was ist denn das da oben für ein anderer Spieler? Was fliegt denn der da? Ein, äh, Jet. Ach, da fliegt... Ein Militärjet? Ach du Scheiße. Das sieht ja typisch aus, als wenn wir jetzt einen Titan finden würden. Das ist doch kein... Doch, da ist einer. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt nicht in den Titan steigen möchte, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir müssen glaube ich erstmal den Typen auf den Himmel schießen. Ich habe keine Lust, dass der mir den Titan zerbombt. Hast du einen Raketenwerfer? Leider nicht. Es war so klar, dass er auf den Titan schießt, ne? Ich glaube, irgendwas muss er ja erschießen. Oder... Hat er überhaupt getroffen? Nö, der Titan steht doch da. Ja. Brambo! Du hast nicht zufälligerweise einen Raketenwerfer. Ach schon. Das hast du mich grad schon mal gefragt. Nein, leider nicht. Du hast nicht zufälligerweise einen Panzer... Ach, Kackersparten ist wieder da. Hallo Kackersparten. Das ist aber nicht der in dem Jet, oder? Nö, der könnte auch keinen drücken. Weil nur wir hier glaube ich rumlatschen. Der könnte uns den Titan nicht. Nö, nein. Äh, wie kriegen wir den jetzt vom Himmel? Ich hab ne Idee. Hast du... Hast du ein paar Haftgranaten, wenn er mal tief fliegt? Äh, ich hab keine Haftgranaten, nein. Aber ich habe eine Idee. Ich leider auch nicht. Vielleicht haben wir Glück und da vorne steht ein Helikotter, mit dem wir schiefen können. Uh, der war aber grad ganz nah am Boden. Ist er explodiert, ne? War nur ne Bombe, ne Rakete. Ich schau mal gucken, ob wir, äh... Ob wir etwas haben, mit dem wir uns wehren können. Noch geht's dem Titan gut, aber ich befürchte nicht mehr lange. Hehehe. So, ich fahr mal parken. Lalalala, lalalala, lalalala. Ja, wollten wir hier beschaulich ne Runde mit dem Flugzeug fliegen? Was macht er da? Keine Ahnung, tief fliegen. Ich steh mit dem Auto erwische? Hehehehe. Hehehehe. Ja, ich hab ihn. Du hast ihn? Ja, das war so klar. Hat er das Spiel verlassen? Dann hat er den Titan kaputt gemacht. Er ist in den Titan reingefahren. Hehehe. Aber der Titan scheint doch zu leben, oder? Nein, der ist kaputt. Ach, verdammt. Das ist ein neuer! Hehehehe. Wie geil ist das denn? Ich hab gerade im Moment ein neuer gespawnt. Ja, ich bin doch gekommen. Hehehehe. Hehehe. Was? Du stehst im Weg. Warum? Ich bin drin. Ach, darum kann ich nicht rein. Warum? Hallo, ich würd gern mit. Guten Tag. Hallo. Oh, wir haben ein Problem. Ja, ich bin tot. Hehehehe. Du hast mich mit dem Propeller zersäbelt. Hehehehe. Okay, wir haben zwei Probleme. Ich hab mich getötet. Wo bist du denn jetzt? Was für ein fulminanter Start? Was ist das zweite Problem? Äh, dass ein anderer Titan im Weg stand. Hehehehe. Ja. Es gab Zeiten, da haben wir hier kein Titan gefunden. Jetzt wissen wir nicht wohin damit, weil wir so viele haben. Wir müssen sogar über die drüber fliegen, damit wir irgendwie vorbeikommen. Uh. Ich bin gerade außerhalb des, ähm, des Flughafens. Ich komme ja wieder aufs Gelände. Hehehehe. Hehehe. 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 Ich hab den Propeller verloren. Hehehe. Hehehe. Landen, landen. Muss landen. Ich hab dann nicht mal, ich bin doch nicht mal gestartet. Ach so. Hehehehe. Hehehehe. Wie soll ich dann landen, wenn ich nicht mal gestartet bin? Hehehehe. Dann, äh, sollten wir vielleicht uns einen Titan besorgen, der noch funktionstüchtig ist und alle Rotoren hat. Och, ich hab dich gefahren eigentlich mit jeder einem Titan. Oder fliegen, besser gesagt. Alter, ich feier noch. Oh verdammt, ich, ich bring zwei Sterne mit. Warte mal, ich versuch die mal gerade loszuwerden. So, hier steht ein Titan, möchtest du den haben? Hehehehe. Ja, ich wollt grad sagen, ich nehm einfach den zweiten Titan, dann hat jeder einen. Hehehehe. Hehehehe. Was ist da mal, was ist hier los? Sonst haben wir nie einen gekriegt und jetzt, ne? Hehehehe. 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 Unglaublich. Hehehehe. Hehehehe. So, kann losgehen. Ich steig hier mal ein. Hehehehe. Ja, ich hol mir dann gleich einfach einen, der ganz ist. Hehehehe. 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 Alles klar. Ich fahr einfach einmal im Kreis und dann hab ich gleich auch einen. Dann mach mal Titan irgendwas. Action. Titan Session. Da fehlt er weg. Der Titan Flieger. So, Kollege, wir sehen uns gleich in der Luft. Bleib mal am Boden, bleib mal am Boden bitte. Ich werde schon was ausprobieren. Achso. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ich brems nochmal gerade ab. Du darfst ruhig fahren. Du darfst ruhig mal auf die Landestation fahren. Fahr, fahr vorwärts bitte. Fahr bitte vorwärts. Sonst kann ich das nicht ausprobieren. So. Jetzt geht's los. Das muss ich ausprobieren. Du bist so schnell. Ich hab ein bisschen Angst. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Hehehehe. Ich muss das gleich abheben, sonst, ähm... Du bist so schnell. Verdammt. Wie soll ich das jetzt ausprobieren? Du hättest mich einweihen können, was du vorhast. Ja, dann hätten die Zuschauer das ja erfahren. Hehehehe. Ich hab eine ungefähre Vermutung, was du vorhattest, aber das wird nicht funktionieren, solange wir beide fahren und die Klappe hinten geschlossen ist. Äh, ich wollte nicht reinfahren, nein. Ich wollte gucken, ob der Ausstoß der Turbinen das Auto wegfegen lässt. Ach so. Oh, der Titan ist gerade verschwunden. Oh nein. Hehehehe. Dann fahr doch mal ne Runde, vielleicht kommt ja gleich noch einer, sonst hole ich dich ab. Ja, ich glaub, du musst einfach hier sein, weil ich glaub, das liegt an deinem Level, dass der da ist. Ich bin einfach viel zu untalentiert. Mit Level 34. Dann, äh, flieg ich mal hier ein bisschen im Kreis. Da ist ein anderer Spieler, der fährt hier gerade los. Mit was für einem Flugzeug denn? Hehehehe. Bis jetzt. Hehehehe. Lalalalalala. Ups, oder? Hehehehe. Stehen die mir alle im Weg hier? So, ich nehm mal die Titan hier. Hehehehe. Hehehehe. Die stehen mir alle im Weg hier. Oh. Ich wollte gerade einsteigen, ist der Titan schon wieder weg. Hehehehe. 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 Ich hätte den kaputt nehmen sollen. Ich hab's... Was ist heute los hier? Unglaublich. Komm wieder näher. Ja, komm näher. Komm näher. Hehehe. Oh, da ist ne Laterne. Ich muss der Laterne ausreichen. Ah, ich will den Titan haben. Jedes Mal wenn ich näher komme, verschwindet er immer. Hä? Der verschwindet immer? Jetzt ist er da. Ja? Weil ich auf... Ja. Weil ich einsteigen möchte, ist er wieder weg. Hehehehe. 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 GTA ist heute mal wieder sehr verbuggt, glaube ich. Ja, vielleicht musst du einfach hier mal irgendwo landen und hier dann näher bleiben. Ja, pass auf, das mach ich mal. Ich flieg nochmal gar nicht. Jetzt ist er wieder da. Hehehehe. 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 Ja. Ich bin zumindest drin. Die Motoren starten. Und ich gebe Gas. Die verrückte Reise in einem Titan beginnt. Nur mit euch. Ja, endlich. Endlich mal. Nur für euch. Man muss natürlich die Frage, ob die zwei eine Rache wollen und mich jetzt umbringen. Aber noch... Hehehehe. Hehehehe. Noch ist alles gut. Ich bin noch gestartet. Ich brauch nicht mal ne äh... Startbahn. Ich gebe einfach auf dem Gras ab. Hehehehe. Hehehehe. Boah, ist das Ding riesig. Hehehehe. Hehehehe. Großes, böses Militärflugzeug. Das kann auch auf Gras starten und landen. Ja. Kann ich eigentlich irgendwie die Klappe aufmachen? Nö. Das habe ich auch schon versucht. Leider nicht. Ich habe mal jemanden gesehen, der einfach drauf geschossen hat ein paar Mal. Und dann ist die aufgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das so die richtige Methode ist. Findest du nicht? Müssen wir mal ausprobieren. Hehehehe. Fangen wir mal drauf. Hehehehe. Oh, da kommt ein riesiger Titan angeflogen. Hehehehe. Hehehehe. Ja, wollen wir ein Rundchen drehen, hier. Über die Insel. Ja, wir drehen mal eine Runde über die Insel mit dem TN100. Genau. Wäre das N-Weg WST-100, dann hätten wir den ersten Terminator. Wir, die beiden Bruchpiloten. Wer wäre besser geeignet für einen Rundflug in einem riesigen Militärflugzeug? Ich weiß nicht, warum mein Fahrwerk schon wieder offen war, obwohl ich eben zugemacht habe. So, wer traut sich zwischen den Hochreifen durch zu fliegen? Ich fürchte, das musst du alleine versuchen, denn ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Wie, du bist aus dem Spiel rausgeflogen? Warum fliegst du immer raus? Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, das wäre endlich mal gegessen. Ich glaube, es liegt nicht an GTA, es liegt nicht an den Servern, es liegt an meiner Internetverbindung. Denn sonst, ja, eigentlich läuft ja inzwischen alles relativ stabil. Und ich bin mit der Playstation halt immer übers WLAN drin. Und ich fürchte, irgendwie ist da die Verbindung nicht ganz stabil. Hallo Franklin! Ja, hallo Franklin! Auch schön, dass man dich auch nochmal sieht. Okay, wir sehen ja nicht, sondern nur du siehst ihn. Und ich fliege die komischen Kunststücke. Kann ich eigentlich auf dem Dach fliegen? Oh, scheiße. Ja, schade. Scheiße, war eine schlechte Idee, war eine schlechte Idee! Mach keinen Quatsch, mach keinen Quatsch! Das war ein schöner Auftakt für die Folge, dass wir beide einen Titan hatten und dann fliege ich wieder raus, das war so klar. Aber ich versuche dir jetzt nochmal beizutreten. Ja, versuche uns mal beizutreten. Ich versuche dir nochmal ein bisschen auf den Kopf zu fliegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mach's einfach mal. Kann man in der Titan eigentlich auch einen Messerflug machen? Ey, natürlich. Habe ich auch schon gemacht. Oh, du Scheiße, ach 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 du Scheiße. Oh, Messerflug! Ich muss gerade einen machen. Das klingt sehr abenteuerlich, was du da gerade machst. Ich sag nur Hochhäuser. Die fliegt mit einem Titan durch die Hochhäuser-Challenge, so ist das Wort. Ja, und ich habe sie, glaube ich, gerade gemeistert. Mehr aus Panik als sonst was, aber ich lebe noch. Und meinen Titan, denen geht's noch gut. Prima, ich glaube, ich bin in deiner Sitzung. Ich prüfe das mal gerade. Sehe ich irgendwo einen grünen Punkt? Ich glaube, ich sehe da hinten einen grünen Punkt, ja. Da ist ein grüner Punkt. Ich komme dir mal entgegen geflogen. Bist du bei dir in der Wohnung? Ich bin natürlich wieder in meiner Wohnung gespawnt. Ah ja, du bist bei mir, wunderbar. Ob ich da irgendwo landen kann? Würde ich nämlich mal... Die Straße ist zumindest sehr lang hier vorne. Ich probiere es einfach mal. Da ist eine Straße, die ist lang. Aber auch Laternenpfähle und sowas können einem Flugzeug zum Verhängnis werden. Das haben wir doch schon mehr als einmal feststellen müssen. Ja, und ein James-Bond-Auto kann einem Ortsverhältnis werden. Das stimmt. Das ist zu eng, da geht die Hochhäuser. Ja, ich sagte ja, das wäre keine gute Idee. Ich fliege ein bisschen tief, habe ich das Gefühl. Ja. Hast du mich gesehen? Nein, ich fahre jetzt erst aus der Garage raus. Ich würde mal schnell wieder zum Flughafen flitzen. Ja, flitz. In der Hoffnung, dass ich wieder eine Titan kriege. Flitz mal schnell zum Flughafen, ich folge dir einfach mal. Alles klar. Du in der Luft und ich am Boden. Mal gucken, wer zuerst da ist. Ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Ich sehe dich nicht, aber ich höre dich. Du wirst mich eigentlich auch sehen können. Ich bin genau über dir. Deswegen sehe ich dich wahrscheinlich nicht. Wenn du ein bisschen vor mir oder hinter mir wärst, dann könnte ich dich sehen. Und ich muss ja auch noch auf den Verkehr achten. Ja, achte mal bitte auf den Verkehr. Jetzt bin ich wirklich genau über dir. Jetzt habe ich dich gerade mal ganz kurz gesehen, aber das Militärflugzeug hier, der Titan, der klingt immer so böse. Den hört man immer so weit. Oh, ich sollte auch mal nach vorne gucken, ne? Besser wäre das. Besser wäre das, ja. Ja, du bist zuerst da, natürlich. Nein, ich fahre in den Kreis, weil sonst würde ich irgendwo anders in den Kreis sehen. Könnte ich versuchen zu landen, wenn ich überhaupt nicht. Da kann ich mit meinem kleinen Ferrari nicht mithalten, mit so einem großen Flugzeug. Ihr wisst ja, landen ist was für Weicheier. Hast du nur noch ein paar PS mehr. Landen ist was für Weicheier. Ja, wir springen ab und lassen das Flugzeug irgendwo reinrammen. Warum drehst du nicht? Ja, so landen Männer ein Flugzeug. Genau. Mit vielen Explosionen. Ihr wisst ja, Indiana Jones konnte auch nicht landen, der konnte nur fliegen. Oh, ich wäre fast auf dem Hausdach gelandet. Was machst du denn da oben auf dem Hausdach? Der Monster-Stunt da vorne am Eingang ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Außer Kontrolle geraten? Dann landst du das. Ich seh dich da unten fahren. Und, und, und. Ja, hier steht ein Titan. Sag mal, was ist hier los? Warum steht hier jetzt immer ein Titan, wenn ich komme? Weil das levelabhängig ist und du den Level erreicht hast, auf dem die spawnen. Wahrscheinlich. Ja, cool. Ich freue mich. Allerdings habe ich das nicht erst seit Level 37, sondern ich hatte das irgendwie schon vor zwei Leveln auch. Dann ist das vielleicht ab Level 35. Das wäre doch eine tolle Zahl dafür. Das wäre eine tolle Zahl. Da bist du ja nicht mehr so weit von weg. Äh, ne, nur drei Level. Mein Ziel ist E-Level, fürst du? Da gibt es wieder neue Knarre. Ah, okay. Wo gibt es dich? Sogar mittlerweile schon die AP-Pistole? Muss ich mal gucken. Weil das ist nämlich eine lustige Pistole. Das ist nämlich eine Maschinenpistole nur in Pistolenform. Okay. So, ich bin in der Luft. Ich folge dir. Du kommst mir entgegen. Das ist nicht so gut. Bist du denn? Ich wollte gerade sagen, du folgst mir, ich folge dir. Das ist, äh, ich flieg mal über dich drüber. Oh, das wird gefährlich. Nein, wir haben das unter Kontrolle. Wird gefährlich? Nein, wie macht die gesehen, als aussah, Leute. Eine schwere Kontrolle. Oh, 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 oh. So, jetzt, äh, nochmal zur Challenge. Zwischen den Hochhäusern durchfliegen. Ich hab schon bestanden. Okay, dann bin ich jetzt hier am Start. Ich muss das ja natürlich auch noch bestehen. Warte, ich folge dir. Oh, du fliegst jetzt endlich ein Messerstand. Ein Messerflug. Ich folge dir mal. Aber der Titan ist ganz schön schwerfällig. Das ist gar nicht so einfach, den unter Kontrolle zu behalten. Doch, ich hab da irgendwie gerade kein Problem mit. Wo sind denn hier die Hochhäuser? Hier kommt der Charlie, macht mal Platz. Ich finde, das geht einfacher, als wir den anderen Flugzeugen. Ja, okay, der Titan ist nicht ganz so schnell, ne? Ja, auch das. So, passe ich hier durch. Ich passe hier durch, locker. Jetzt fliegt nicht er gegen das Hochhaus da vorne. Sieht aber nicht so aus, als wirst du dagegen knallen. Nein, nein, nein. Ich passe hier genau zwischendurch. Aber genau. Ja, sehr cool. Ich glaube, da kommen wir sogar ausgebreitet durch. Echt? Sollen wir damit auch die Brücke fällen? Komm, wir fliegen unter einer Brücke durch. Ja, nächste Challenge. Fliegen mit einem Titan unter einer Brücke durch. Such uns doch mal gerade eine Brücke. Ich sehe schon eine. Da hinten. Da hinten ist eine blau beleuchtete Brücke. Ich würde gerade sagen, hier unten wären ein paar, aber ich glaube, da ist der Boden. Die über dem Highway, die sollte man besser nicht nehmen. Muss ich die blaue Dacht haben? Okay. Ja, ich glaube, da könnten wir drunter herpassen. Ich folge dem also. Das Problem ist, wo es gerade so dunkel ist. Ich sehe nicht, ob hier irgendwelche hohen Hindernisse im Weg sind. Palmen oder Laternenpfähle oder Werbtafel. Sie sollten ja eigentlich auch ein bisschen beleuchtet sein, hoffe ich doch. Zumindest Laternen sollten leuchten. Ja. Oh, das ist ein Kran, das ist ein Kran. Ah, ich habe es geschafft. Sehr cool. Gut, dass ich jetzt weiß, dass da ein Kran ist. Challenge accepted. Also nicht nur akzeptiert, sondern auch bestanden natürlich. Ja, ja. Nicht du, du. Ich auch. Das ist sehr schön. So, was kann man noch anstellen mit dem Titan? Haben wir noch irgendwas Gefährliches? Uah, was tust du? Was tust du? Oh, war das krass. Du hast mich getroffen. Echt? Ja. Meine Tragfreich hat raucht. Also hier bei mir habe ich dich nicht berührt. Meine Tragfreich hat gerade ein bisschen geraucht. Oh, Entschuldigung. Alter, mein Tragflächen geht super. Ich glaube, der geht jetzt wieder gut. Ja, ich sehe dich da unten. Ja, das ist eine gute Frage. Ein Titanenrennen. Äh, nein. Wo könnte man landen, was keine Landebahn ist? Hm. Auf dem Berg. Auf dem Berg? Auf dem Berg. Aber der Berg ist doch nicht lang genug. Ja, vor allen Dingen ist der schräg. Da gibt es keine ebenen Flächen, auf denen man landen kann. Richtig. Notlandung! Der, 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 der... Der eigentlich nette Hupe? Nö. Ein Flugzeug braucht keine Hupe. Nee, findest du nicht? So, ich wag mich jetzt einfach mal. Da unten sind überall Laternen, das weißt du, ne? Das ist egal. Das sind vor allem überall Autos. Vor allen Dingen sind hier diese Strommasten. Die sind auch gefährlich. Ich möchte ja nicht gegen die Strommasten fahren. Ich möchte auf der Straße landen. Ich guck mal zu, wie du da unten Verschelst. Versuchst zu landen. Vor allem ist hier grad ne Kurve. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin wieder hochgeflogen, weil ich weiß, dass hier ne Kurve kommt. Das sieht doch gut aus hier. Wie das gerade aussieht, wie wir hier fliegen. Ha, du bist auch am Landen. Oh, 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 du landest ja fast auf mir drauf. Du sollst auf der Straße landen, nicht auf mir. Ja. Ha, 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 ha. Ich sehe schon kommen, ich lande und... Charlie macht mich kaputt. Nein, 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 ich hab alles unter Kontrolle. Ich bin, äh, jetzt vor dir oder halb über dir. Keine Ahnung. Ja, weil ich immer langsamer werde, weil ich eigentlich landen wollte, aber jetzt trau ich mich nicht mehr. Ich mich auch nicht. Boah, ich glaub, hier wär grad ne gute Stelle gewesen. Ich glaub, hinter dem Schild ist vielleicht ne gute Stelle. Da ist ein Spieler. Der fragt sich auch grad, was machen die da mit? Der denkt sich wahrscheinlich auch grad, was machen die? Okay, hier ist ne Brücke, die macht das natürlich alles noch schwieriger. Oh, ich glaub, der Charlie landet. Nee, nee, hier sind ne Werbetafeln. Ich bin gelandet! Ich bin tot! Ich hab eine Erschütterung gespürt. Aber ich bin gelandet. Auch wenn ich gestorben bin dabei. Aber ich bin gelandet. Äh, wo ist denn der Charlie? Ich hör ihn doch irgendwo knattern. Ich flieg grad eine Schleife. Eigentlich flieg ich jetzt grad auf dich zu. Wo bist denn du? Ich bin irgendwo am Boden. Ja, ich bin irgendwo in der Luft. Wo ist denn mein, mein, mein Flugzeug hin? Ach, hier vorne, guck mal! Hä? Ist das mein Flugzeug hier? Ist das ne Tragflüche? Kann ich hier auf dem Bergrücken landen? Ganz ehrlich mal? Ist das ne Tragfläche von meinem Auto? Äh, von meinem Flugzeug? Wie ist das nicht gekommen? Ich bin, ich bin gelandet. Kilometer weit weg? Wo bist du denn? Ich bin auf dem Berg gelandet. Natürlich hat's keiner gesehen, ne? Ja, ja. Ja, komm gucken. Ich lebe noch, mein Flugzeug auch. Du rutsst nach hinten. Ich weiß. Dem Titan und mir geht's super. Dem Titan geht es gut. Ja, mir auch. Danke der Nachfrage. Du rollst immer weiter nach hinten, ne? Ich weiß. Ich hoffe, du hast was in Planung. Ja, ich brauche ja gleich ein bisschen anlaufen, um wieder zu starten. Ach, du musst wieder starten, denn da warte ich mich nicht da bin. Ja, ich werde auf dich warten und dann nochmal versuchen, hier vorm Bergrücken zu starten. Ich brauche eine, äh, eine Mitfahrgelegenheit, warte mal gerade. Eine Mitfluggelegenheit? Ja, ich brauche aber auch eine Mitfahrgelegenheit, um erstmal da raufzukommen. Ach was, hochklettern. Bist du von Bergsteiger? Ach ja. Ach, mein Injection ist zerstört, na dann. Ich habe gerade ein Telefonat gehört. Hast du deinen Mechaniker angerufen? Ich habe natürlich meinen Mechaniker angerufen, der mir gleich ein Fahrzeug bringt, mit dem ich rauf fahren kann, wenn es dann irgendwo kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wo kommt denn das jetzt hier? Ja, und der Charlie wartet hier oben mit seinem Titan Shuttle Service. Ach toll, hier ist ein Geländewagen. Ach stimmt, den. Guten Tag, darf ich mir mal ihr Auto leihen? Ich bringe es auch garantiert nicht zurück. Bringe es garantiert nicht zurück? Ich habe mir ganz genau gemerkt, wo es stand, das bringt er wieder zurück. Ich werde dich daran erinnern. Ja. Siehe ich dich da rumfahren? Ja, ich sehe dich da unten rumfahren. Ich fahre gerade über diese Erdberge hier, die sie aufgeschüttet haben. Ja, genau. So, wie kommst du jetzt hier am besten durch? Und das sieht übrigens ziemlich crazy aus, wie das hier oben das Flugzeug hier auf dem Bergrücken steht. Findest du? Mhm. Und da komme ich. Angedüßt. Wow, das war knapp. Challenge. Ja, übrigens das Auto, parkt das Auto bitte nicht genau davor, weil ich brauche ja ein bisschen, das wird sonst nicht funktionieren. Rutsch. Das sieht gefährlich aus, was ich hier mache. Ja, vor allem der Rotor ist glaube ich noch an. Ich steig mal ein. Ja, mach das. Komm an Bord. Du setzt er dich denn jetzt hin? Ach, direkt da vorne. So, ich bin drin. Willkommen an Bord bei Charlie Airlines. Schnallen sie sich fest. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon, heb ab, heb ab, Titan, heb ab. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich glaube es hat funktioniert. Aber ich kann sogar von innen gucken, kann ich da hinten gucken, nö. Ich bin selber ein bisschen erstaunt, aber es hat funktioniert. Oh, ich hab mal von innen drin gucken. Oh, oh. Das ist ein riesiges Cockpit. Ah, das stimmt. Da verschwindet wieder Schmierereien auf dem rechten Arm. Was hab ich auf dem rechten Arm? Schmierereien. Das ist ein Drachen-Tattoo, du Kunst-Banause. Ich erkenne nur irgendwelche schwarzen, matschigen Texturen drauf. Da verdient ich kein Geld ausgegeben. Ja, man sieht das nicht so gut, weil den Rest vom Tattoo verdeckt, das Hemd. Man erkennt überhaupt nichts da drauf, außer eine schwarze, schwierige Pappe. Und ich steck wieder aus. Hä? Wie du steckst aus? Oh, scheiße. Warum kriegen wir jetzt vier Sterne? Wolltest du deinen Kumpel im Gefängnis besuchen? Nein. Warum haben wir vier Sterne? Das heißt, ich werde versuchen, den Titan hier bei Sandy Shores zu landen? Ähm, ja, und ich beende die Folge. Ich wär fast im Mülleimer gelandet, da wollte ich eigentlich rein. Hallo? Ja, dann beendest du die Folge, oder was? Wie, wo? Ich sterbe gerade, aber das ist auch egal. Warum machst du sowas? Ähm, weil ich aus einem Flugzeug ausgesprungen bin und direkt die Sterne hab. So, ich habe in den Titan gelandet und bin aus dem Network rausgeflogen. Das ist doch praktisch, das passt doch. Das ist hervorragendes Timing. Das hätten wir nicht besser planen können. Äh. So, ich bin ja auch im Single, das heißt, ich werde jetzt glaube ich auch sterben. Was heißt auch sterben? Ich bin ja, ich bin ja rausgeflogen, ich bin ja nicht gestorben. Ah, fällt auch aus sterben. Ich hab hier ein Wörterbuch, da drin steht was anderes. Ein Wörterbuch, du kennst ein Wörterbuch. Äh, du, 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 denn. Du, denn steht da drauf. Was denn? Und du, du? Du, denn. Oh, ich halte mich einmal ganz gut, muss ich sagen. Es ist so ein gelbes Buch. Ach, du meinst das Telefonbuch? Die gelben Seiten. Ja genau, mit so pergamentdünnen Seiten. Genau, ja. Oh Gott, ich halte mich ganz gut. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber die Polizei lässt mich gerade nicht. Ja, dann räum da mal ein bisschen auf. Bist du im Gefängnis gelandet? Äh, nein, ich bin über dem Gefängnis abgesprungen. Ich glaube, deswegen habe ich auch die vier Sterne bekommen. Das ist naheliegend, ja. Ich hab gedacht, du wolltest deinen Kumpel da raushauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Das sind schon so viele Folgen her. Der heißt natürlich immer noch Horst. Immer noch Horst. Horst der Ritter. Genau, der Demon's Souls beendet hat. Beziehungsweise Demon's Souls positiert. Ich bin tot. Damit würde ich sagen, in diesem schönen Punkt bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.